So ähnlich wird das dann auch in Bad Tölz aussehen? Naja, es gibt die Emissionsschutzrichtlinien und ich meine, das ist doch immer eine Frage. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir uns als Deutschland ans Pariser Klimaziel festgesetzt haben. Das schaffen wir ja nicht. Naja, aber wenn wir so anfangen, ihr Lieben, also ich meine, es muss doch der Anspruch sein von der Regierung. Meine einfache Frage war, wie nah ran? 10H haben wir gerade gesprochen und Sie sind für 8H, 6H, 5H? Ich bin so, wie es in den Emissionsschutzrichtlinien auf Bundesebene ausgestaltet ist und ich finde einfach, dass das entscheidende Punkt, ich kann die genauen, ich weiß nicht ganz genau was, ich habe, sorry, das weiß ich leider gerade nicht, ich kann Ihnen gerade nicht genau sagen, was in den Emissionsschutzrichtlinien steht. Sie sind dafür, Sie wissen aber nicht, was ist.